Hallo und herzlich Willkommen zum 30. Part von Let's Play Ackless of Clans mit mir, den Thomas. Heute geht es weiter mit der Challenge. Und zwar werden wir mit Only Schweinereitern angreifen, denn die sind gestern fertig auf 4 geworden. Da habe ich mir gedacht, können wir direkt mal die raushauen, um zu testen, wie die so sind. Aber bevor wir jetzt angreifen werden, haben 3 mich aus meinem Clan gebeten, die zu besuchen. Und das werde ich jetzt auch direkt machen. Okay, ich habe mir die hier auf den Zettel geschrieben. Louis 1, 2, 3 wollte besucht werden und den werden wir jetzt auch direkt besuchen. Okay, er hat eine Rathaus Level 8 Trophy Base. Was kann man dazu sagen? Auf jeden Fall, was ich dir empfehlen würde, nicht alle 3 Goldlager in die Mitte zu stellen. Denn wenn der Gegner einmal durch ist, ja, hat er schon alle Goldlager. Deswegen würde ich versuchen, die relativ, also die zu verteilen, dass die nicht alle auf dem Punkt sind. Das zum Beispiel mit den Elixierlagern. Die sind perfekt verteilt. Ich glaube sie. Ja, okay. Die Magier-Türme sind zwar im 3-Eck, aber meiner Meinung nach etwas weit zu außen. Ja, der Barbaran King ist so in Ordnung. Die Minenwerfer sind auch in Ordnung, sind nicht zu weit außen. Die Klamburg, naja, es geht, ne. Also ich würde dir wirklich empfehlen, wenn du wirklich nicht auf Trophäen gehen willst, eine Farming Base zu machen, denn die hat nur Vorteile. Ja. Okay, die Tesla sind schön weit mittig, das ist schon mal gut. Die Luft abwehren, die stehen auch im Dreieck. Und decken somit alles ab. Ja, bis auf 4, aber dazu sind ja die Luftbomben da. Aber sonst würde ich sagen, die Base ist relativ gut gelungen. Das Dunkle steht relativ weit außen. Anscheinend willst du nur auf Trophäen gehen, deswegen bist du wahrscheinlich auch ein Kristall. Trotzdem, so von der Konstellation her ist es relativ gut. Okay, wer ist denn jetzt als nächstes dran? Game Center Tom, der wollte auch besucht werden. Er hat eine Rathaus Level 7 Trophy Base. Naja, so ab Rathaus, so am Anfang bis Rathaus Level 7 würde ich immer empfehlen, das Rathaus drin zu lassen, denn es macht überhaupt keinen Unterschied, ob es draußen drin steht, ja. Ob es draußen steht oder drin steht. Was kann man dazu sagen? Auf jeden Fall, die Minenwerfer sind relativ sehr gut positioniert, meiner Meinung nach, nur dass die beiden hier etwas weit außen stehen. Aber das macht ja nicht so, bis hier erst Rathaus Level 7 und da hat man noch nicht so viele Mauern zur Verfügung. Die Magiertürme sind, das ist eine schwierige Angelegenheit hier. Die Magiertürme müssen immer zwei Lager abdecken, also ein Magierturm muss zwei Lager abdecken. Ein Lager deckt er jeweils ab, das Goldlager, weil das Elixierlager ist relativ ungeschützt. Das Dunkle steht weit innen, die Klamburg steht auch innen. Ich kenne die Base sogar, ja, ich kenne die. Die hatte mal einen Kumpel von mir. Aber die Base ist sonst relativ gut, so von der Konstellation her. Ich wiederhole mich. Okay, ähm, der Fahlil, der Fahlil wollte noch besucht werden. Schnapper, Quicks, The Dark Knight, Erkis, Gilla, Scheiß auf den Mann, Scheiß auf den Namen. Achso, na dann. Hier der Fahlil, Level 68. Eine Rathaus Level 8 Trophy Base. Was kann man dazu sagen? Die Minenwerfer sind in einer Linie, das kann man auch machen, aber würde ich nicht so empfehlen. Das Dunkle Lager steht relativ weit außen, also wenn du nicht drauf achtest. Also ich persönlich würde den Barbarenkönig mit einem Gold, mit einem Elixier, äh, mit einem dunklen Elixierlager tauschen. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also, so zwei Bogenschützentürme nebeneinander, das gefällt mir nicht so sehr. Ansonsten kann man noch zu den Magiertürmen sagen. Der Magierturm schützt ja das Dunkle und der Magierturm schützt anderthalb Lager. Ja, also, lieber Fahlil, wie auch bei dem, ähm, Game Center Turm, oder war es Louis 1, 2, 3, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall müssen die Magiertürme wirklich immer zwei Lager abdecken. Zwei Lager, zwei. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber die Luftabwehren sind... Äh, ja. So, fast in einem Dreieck, sagen wir, das ist so... Ja, das geht eigentlich schon, aber... Naja, wenn du Pokale jagen willst, ist diese Base in Ordnung, also wenn du nicht auf Ressourcen gehst. Geh mal nach Hause und gucken, ob die Schweinerette jetzt endlich fertig sind und ja, die sind fertig. Äh, nee, ein Schweinereiter fehlt noch. Ja, wieso konnte ich gestern kein Video rausbringen, ähm, weil ich gestern Geburtstag hatte. Und vorgestern, da war halt Weihnachten und da ging's auch schlecht, denn da war ich nicht zu Hause. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis der Schweinereiter da fertig ist. Also, zurück zur Challenge, äh, den ersten Angriff hab ich ja gewonnen. Die einzige Bedingung in der Challenge war, dass ich ja einen Rat des Level 9 angreife. Naja, aber ich will auch schon einen schwierigeren nehmen, nicht zu einem einfachen, also keine WTF-Base. Denn das wird dann einfach zu einfach. Und falls ich die Challenge verlieren sollte, könnt ihr euch ja eine Bestrafung ausdenken. Aber auf jeden Fall, ähm, müsst ihr mir für die nächste Folge, da werde ich ja den dritten Angriff der Challenge machen, dann müsst ihr mir eine, äh, Truppenkonstellation bitte zusammenstellen. Also, mit welchen Truppen, und, äh, ich angreifen soll, und ob ich Zauber benutzen darf hier, äh, und ob ich Zauber benutzen darf, ja. Was hab ich in meiner Zauberspruchfabrik? Vier Heils, aber Level 4. Und, gestern hab ich ja auch die, äh, Ballons auf Level 6 gestartet. Denn dann können wir irgendwann auf Meister gehen, aber davor muss ich noch meine Lakaien abreden. Lokoyen. Naja, mein erster Bohrer ist ja schon in 9 Stunden fertig, dann ist das schon auf Max. Richtig geil, dann macht ihr 1000, ne, äh, 100 pro Stunde. Ja, 1000 pro Stunde wär auch geil, aber das wär ein bisschen OP. Aber nur ein bisschen. Okay, ich würd' mal sagen, ich suche mir jetzt einen Gegner raus, und bis gleich. Ich bin dabei, diesen Gegner zu nehmen. Ich will nur gucken, wie weit ich komme mit den Schweinereitern. Ich würd' mal sagen, ich greif so, äh, mit zwei Reihen Schweinereitern an. Und ich setz' mal direkt alle mal gucken, wie die so abgehen. Riesenbombe, aua, aua, aua. Ach, das wär echt schief gegangen, denn die Riesenbomben machen ja zweifachen Schaden bei den Schweinereitern. Und das ist echt nicht gut. Not good. Ach ja, wieso ich meine Helden nicht dabei habe, meine Helden. Ich habe gerade einen Gegner gesehen, der, ähm, über 2000 Dunkles nur in den Bohrern hatte, und da hab ich meine Helden gesetzt. Das musste ich einfach tun. Aber die Schweinereiter gehen eigentlich relativ gut ab, ne? Ja, das muss man schon sagen. Hier noch ein Heilsauber. Ah, der hat's wirklich nicht gebracht. Okay, den letzten Heilsauber muss ich mir noch relativ gut aufheben. Äh. Naja, eigentlich so eine pornöse Base war das jetzt auch nicht immer... Ging eigentlich, ne? Hier noch ein Heilsauber. Aber da müssten die jetzt eigentlich reinspringen. Ja, die springen rein, gut. Nachdem meine Ballons jetzt fertig sind, werde ich erstmal meinen Heilsauber upgraden. Das muss ich wirklich tun. Ah, Mann, ey, schade, dass ich nicht meine Helden dabei habe. Ah, nein. Mach doch erst die Helden kaputt. Mach die Helden kaputt, verdammt. Los, da ist die Queen. Mach die kaputt. Nein, ihr macht die natürlich nicht kaputt. Ihr geht erstmal... Ah, Mann. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ach, Mann, 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 ey. 44 Schweinereiter und alle waren so schnell weg. Los, bitte mach doch die... Oder hol dich noch ein bisschen Elixier, damit ich die Heilsauber reinhole. Los, 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 los. Na, verdammt. Naja, 12.000 Verluste habe ich gemacht. Dunkles habe ich ja vorhin reingeholt. Ich kann euch den Angriff von gerade eben nochmal zeigen. Hier war der. 1700 Dunkles. Der habe ich als erstes dem Barbarenkönig dahin gesetzt und mir Dunkles geholt. Und hier die Queen. Die läuft. 1700 Dunkles. Ja, ich würde mal sagen, das war es dann damit auch für die heutige Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.